Palantir haben die ja natürlich auch gestern noch mal ordentlich eins mitgekriegten prozent ging es nach unten sehr sehr schade denn die erste bewegung von palantir die war sehr positiv wenn wir hier mal auf den intraday chart schauen dann sehen wir dieses große gap hier rauf bis 23 60 die aktie ist bis 23 80 angestiegen und ist eben dann am abend ab diesem 19 uhr zwischentop hier dann auch noch mal deutlich weiter abverkauft worden das war ein bisschen schade denn im prinzip gibt es hier wirklich gute news für palantir palantir hat eine große partnerschaft jetzt verkündet gemeinsam mit oracle und man will eben jetzt hier sichere cloud und ki lösungen für unternehmen und regierungen weltweit anbieten über die cloud von oracle und das ist unheimlich praktisch denn ja palantir hat ja im prinzip drei große betätigungsfelder hat also drei plattformen mit denen sie arbeiten die größte und bekannteste ist palantir gotham das ist also der bereich für regierung und auch für militärzwecke dann haben wir den bereich palantir metropolis das überwiegend für den finanzbereich also banken hedgefonds die damit arbeiten und wir haben palantir foundry und das ist der bereich für die freie wirtschaft also für unternehmen und firmenkunden und für die ist es natürlich besonders wichtig mit diesen palantir produkten also dann auch über die künstliche intelligenz und die datenanalyse mit der dann gearbeitet werden kann eine möglichst einfache variante zu kriegen das ganze umsetzen zu können und das kann man jetzt natürlich in kombination mit oracle sehr gut anbieten kann das viel komfortabler gestalten für die kunden den start in diese produkte und das könnte meiner meinung nach das größte problem von palantir beseitigen wenn man sich nämlich mal den earnings call anschaut vom letzten quartal dann ist recht klar gesagt worden die haben ein problem mit der skalierung die haben also wirklich schwierigkeiten die die verkäufe anzukurbeln weil es eben sehr problematisch ist für die unternehmen insbesondere für die freien unternehmen ja in dieses ecosystem von palantir hier einzusteigen und das könnte jetzt tatsächlich über diese oracle partnerschaft beseitigt werden und deswegen halte ich das für eine sehr gute variante und gehe aufgrund dieser neuen partnerschaft im prinzip auch davon aus dass wir möglicherweise bessere ergebnisse bekommen in den nächsten quartals berichten als der markt das erwartet und zwar auf der gewinn und auf der umsatzseite und das sollte dazu führen dass der kurs durchaus noch potenzial nach oben hat wir hatten uns das ganze jetzt hier schon mal angeschaut und ich hatte gesagt naja wir haben auch ein teil der position aufgelöst die wir im musterdepot hatten einfach weil wir hier jetzt eine gute chance haben auf einer sks formation diese nacken linie hier auch schon gebrochen worden ist und deswegen sah diese bewegung hier gestern mit dem großen gap zur oberseite wirklich gut und wirklich bullisch aus wenn die bewegung sich hätte fortsetzen können und wäre über 26 dollar gegangen ja das ist nämlich normalerweise dann das entscheidungslevel die rechte schulter wenn es da drüber geht dann sehen wir oft eine sehr dynamische bewegung also eine gescheiterte sks formation ist eine der stärksten charttechnischen formationen die man überhaupt am markt finden kann jetzt hat sich das ganze am gestrigen tag wieder deutlich gedreht und die chance auf eine fortsetzung nach unten ist jetzt relativ groß wird sicherlich mit davon abhängen wie heute der arbeitsmarkt bericht kommt und natürlich am mittwoch wie der inflationsbericht kommt das wird am ende sowieso das zünglein an der waage für den markt werden in der nächsten woche aber ja wie ich fühle mich nach wie vor gut damit hier erstmal ein teil der position rausgenommen zu haben 18 dollar finde ich ein ganz spannendes niveau dieses gap close wenn das denn tatsächlich stattfinden sollte wäre das wahrscheinlich der bereich wo ich die position wieder aufbau so so Bis zum nächsten Mal.